Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Mein Name ist Lockerzeit und wir haben da gerade das dritte Versteck der Feuerbrüder in der letzten Folge gefunden. Und jo, ich würde sagen, schauen wir mal, ob wir den erfolgreich vernichten können. Wer hat die Ehre? Flying Toady. 100 Sekunden, sollte kein Problem sein. Und hey, das sind nicht nur Feuerbrüder. Das ist Hammer, Feuer und... und... Boomerang? What the heck? Naja, egal. Alle tot. Passt. Easy. Und... Fertig. Ha, so schnell geht das, he? Also... Ha. Passt gut. 22 Sekunden? Ja, was weiß ich, wie lange ich brauche. Vielleicht auch so ähnlich? Ja, wäre sicher schneller gegangen. Mit einem Power-Up auf jeden Fall, oder? Ja, Power-Up. Wer braucht für sowas schon ein Power-Up? So? Na gut, außerdem haben wir da auch dieses gemacht und dieses. Und dieses habe ich vergessen zu machen, aber vielleicht mache ich es hier beim nächsten Mal. Auf jeden Fall würde ich sagen, 6-3. Das Haus der 1000... Ah, das muss ich auch noch lernen auszusprechen. Das Haus der 1000 Touchscreen-Tune. Das muss man mal ein bisschen öfters sprechen. Öfters aussprechen, dann kann es vielleicht schwierig werden. Okay, öffne. Ha, ha, ha. Oh, die Musik fällt mir. Sehr... Ninja-mäßig klingt das. Sollte... Sollten so Ninjas klingen? Ich glaube nicht. Aber dies da ist auf jeden Fall ein Boomerheim. Okay. Da ist irgendwas. Aha, da ist mehr. Okay. Die Hufi über siehe da nichts. Denn tauschen T... 1000 Touchscreen-Türen. Das ist schwer zum Aussprechen. Ähm... Das könnte... Oh, da ist was. Das könnte unter Umständen mal recht schwierig werden. Oh, Münzen. Klasse. Apoorso quasi wo sie versteckt sind. Aber eben nicht alles. Das ist mein Glück, mein Gott. Hm. Aha, Gumbas. Oh, der Heck ist das. Das ist der Power. Ich bin ein Gumbas. Hahaha, na ork. Aber ich kann meinen Boomerang nehmen. Es ist nicht ärgert, will. Aha. Bahn. Ups. Haha, cool. Ich bin ein Gumbas. Tötet mich. Ich bin ein Gumbas. Oh. Tötet mich nicht. Okay. Sehe. Sehe ich mich nicht einmal. Das ist einmal auch sehr interessant. Und das war zum Glück, ähm, eh der erste Grundstirn. Also bin ich noch gut dabei. 100 Sekunden plus. Passt auch gut. Oh, und die Kollegen sehen mich nicht einmal. Können wir mit euch ein, was sonst stehen? Ja, festhalten. Naja, egal. Gehen wir weiter. Da muss ich mir was überlegen. Vielleicht sehe ich ja irgendwo, irgendwann, irgendetwas. Bamm. Hahaha. Okay. Da vielleicht. Und vorne von denen irgendwas. Naja. Gumbas, ich brauch dich mal. Danke. Danke. Denn mit diesem Teil sollte das kein Problem sein. Sehr klasse. Jetzt nur nicht zu Gatch verarbeiten müssen. Basta. Okay, damit haben wir zwei von diesen Teilen. Geht's da unten noch zum Tod oder ist das egal? Oh, da ist noch so ein Teil. Du brauchst es auch nicht, aber hey, es ist da. Ah, ich hätte ja nicht stampfen sollen. Egal. Und zack. Wie sollte dann alles gewesen sein? Moment. Ah, ich würde gerade noch schauen, ob ich da hinaufkomme. Irgendwas sagt mir, dass das geht. Ah. Wow. Mario, Mario, Mario. Wow. Okay. Sind die Dinger schon, die spawnt? Nein, sind sie nicht. Okay. Ich schnapp ihn mir schon wieder. Und probier's einfach mal aus. Ob das jetzt doch geht, da hinauf zu gehen oder nicht. Weil, ich bin schon sehr gespannt. Aha. Oh, ja. Es geht. Es geht. Ist die Schuss Ende? Bin ich das gerade irgendwie ercheatet? Oder wer ist das? Oder wer ist das? Ah, Mario. Halt. Warum ist das Ende? Ähm. Ich merke mal, wer das ausschaut. Und vielleicht finde ich ja noch was Interessantes. Das war nicht gut. Der kommt. Ach. Das ist eine schöne Nix. Ach. Gar nicht. Schräg. Ja. Du, ich stirb. Aua Na ja, gut Jetzt können wir wenigstens wieder in Boomerang ersetzen Schadet ja auch nicht So, aber irgendwo sagt man, dass da was Geheimes noch ist Weil Es fehlt mir noch eine Grünstern Und das ärgert mich Ich gehe umgehen aus einem Level außer ohne Grünstern Und ohne Stempel Verdammt umgehen Aber ich sehe nicht, wo es lang gehen sollte Aua Schräg Ja Und die Zeit geht mir aus Da ist auch nichts nah Scheint nicht so Ja, da gehen wir kurz vorbei Oh, da ist er, Geheimes Das führt mich sicher zu einem Grünstern Damn Das war ja easy Okay, führt der Stempel Und die Zeit Ja, eindeutig Da war ich schon Na, wo ist der Stempel? Okay, dann habe ich es mir anscheinend irgendwie erschütet Dass ich da hinauf können Aber der Stempel führt mir trotzdem noch Ich habe zwar eine Ahnung, wo der Stempel sein könnte Aber Na ja Da Das schaffe ich jetzt nicht mehr mit der restlichen Zeit Das ist ein Ding der Unmöglichkeit Dafür habe ich die goldene Flagge erwischt Wenn ich zwei gute suche Hahaha Juhu Juhu Okay War ein ziemlich langes Level wie Mithy Wenn Wie es ich halt finde Aber Hä Warum nicht? Ein paar längere Level kehren auch einmal zum Spiel dazu Auch Einmal verrecken oder so Soll auch drinnen sein Ich bin mir sicher Dass Bei den eher späteren Levels Das eher öfter vorkommen sollte Aber Na ja Bis es soweit ist Genießen wir mal eine Floßfahrt Fla Waaah Floßfahrt im Dschungel Und das Mit unserem kleinen ledlichen Tod Das ganze in Boomer entfallen Okay Da haben wir ein Floß Okay Und ein Katzen-Upgrade Okay Kommen wir mal da vielleicht was auf Hunger Scheint nicht so auf den ersten Blick Halt Halt Sehr gefährlich Bam Okay Aha Das ritt ich glaube ich mein Trapez weiter Und Zack Aua Egal Da ist noch ein Floß Ha Aua Egal Aua Zu knapp Okay Und da bin ich auch schon wieder Und diesmal geh ich einfach mit dem Trapez weiter Und Kümmer mich nicht was da so drunter mir ist Okay Das hier mal interessant So das finde ich noch schön interessant Daaa Ich bin schon wieder verrückt Okay Endlich wieder an der gleichen Stelle Und diesmal mach ich ein bisserl gescheiter Nämlich so dass ich gleich da entlang greif Und Wow Das war knapp Okay Merke Ihr von der anderen Seite kommen Und da vorne ist natürlich leider Checkpoint Eh ganz klar Und da warte ich jetzt glaube ich lieber aufs nächste Fuß Das kommt Eckelei in dieser Sekunde Ja Schau Geht doch Ich kann hell sehen Muhaha Okay Ähm Wo gehts da weiter Am besten hinauf Naja das schaut nicht schlecht aus Aber von der anderen Seite Nämlich so Okay Eins Zwei Treie Uaaaa Okay Ganz egal Hauptsächt wie ich es jetzt noch Und Heuer Ja Schaut gut aus Okay Da hinunter Sollte kein Problem sein War nicht Soll man mich Was Wir nicht Naja Egal Erleben hol ich geschafft Und jetzt wollen genau 100 Sweet Okay Der kann ich nicht runter Nein Schaut gar nicht so aus das ist mir zu gefährlich bevor ich weitergehe muss ich noch eins kontrollieren ist da oben etwas na, schaut nicht so aus du stirb aber ich kann es nicht ganz töten das ist das Problem außer ich riskiere mein Leben dafür dann kann ich es vielleicht töten ah, oder ich mach es so das geht auch so, aber was haben wir da das schaut gefährlich aus ähm oh oh okay ah, da erinnert mich erinnert mich glaube ich wieder an das an das war eine Let's Play was Exengel yes ah, okay die Erinnerung kommt schon langsam wieder was haben wir denn da ah, verstehe ich schon und ja, das verlangt sogar Cat-Power dass man das schafft okay aber in dem Fall kein Problem weil, wir sind schon da Mio Mio mh, ok wenn du das sagst Mio wooo im Ernst haha im Ernst ah, ah Katzen Toad schlafend wie schön wie schön ist das Ok, aber was ist jetzt der Zwischenboss darf man das so sagen Zwischenboss Aus dem Weg, Bulli-Prinz. Ja, ich glaube, das kann man zwischen Boss nennen. Okay, wer hat die? Die Prinzessin, der auf dem Bulli-Prinz, wenn ich... Okay. Schräg. Ah, na cool. Bäm. Ah, verstehe schon. Bäm. 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 Okay, das schräg. Hey, du, komm mal noch. Wow. Bäm. Hä, was ist jetzt passiert? Irgendwie ist das Wampfort mit einem Powerart. Ups, falsche Richtung. Schon tot? Ah, schaut doch noch aus. Und? Das war's. Miau. Komm, jau. Oh, schau. Peach, das hätt's noch braucht. Tja, und das war's damit auch für diese Gegner-Blockade, muss ich immer. Oh, ein Regenbogen, wie schön. Und das schaltet uns wieder zwei Level frei. Okay. 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 Ebenfalls ist es ganz klar, was ich zuerst mache, oder? Ich glaube, da stellt sich keine größere Frage. Zumindest nicht für mich. Nämlich sechs, fünf Winterstürme. Ah, ich sehe Winter, okay. Und Winter in den Wolken, das ist auch interessant. Aber wieder eine schöne Musik. Okay. Ist da irgendwas Geheimes? Ich hoffe mal nicht. Oh, Moment, aber das stört mich nicht. Und kann man diese Gegner vernichten? Beziehungsweise... Aha. Duuuh! Hm... Ich probier's noch einmal. Oh, einmal. Duuuh! Okay. Sollte ich da Kenpower abbringen? Na. Aha, komm, super. Sowas für mich. Und das scheint... Naja, Stunnen tut es. Aber mehr auch nicht. Schauen wir mal, ob... Ah, da ist was. Vielleicht ohne Wandsprung. Da ist vielleicht oben was. Aber nur vielleicht. Hm, egal. Irgendwann wäre ich schon draufgekommen, was da oben sich befindet. Und den Gegner kennt noch vielleicht noch. Also, kennt noch vielleicht noch? Ich weiß nicht. Ich glaube, die hat man noch nicht... Nicht gesehen. Bis sowas. Ja, komm mal, komm her. Bam. Okay. Ich glaube, das geht. Ja, das geht. Warte jetzt. Aua. Au, au. Kleine mal den Buben her da. Dass ich zumindest irgendeine Verteidigung habe. Oh, okay. Das tut's auch. Hey, du. Komm mal her. Ich muss die Stunnen beärmen. Okay, was haben wir da alles? Oh, da war noch was Geheimes. Egal. So, und das wäre jetzt sein großes Problem. Ah, hallo. Woah. Oh, wow. Luigi, ich wird nicht. Wee. Hahaha. Okay. Irgendwie muss ich da hinten drauf kommen, und wie schön für das auch Scheidest. Um... Ah. Vielleicht so. Das wird er gehen. Woah, Luigi nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. das ist geheimnis aber es ist was nicht wert wir sehen uns gleich so endlich alles wieder geschafft und oh mein gott was ist das rutschen ich sehe nichts geheimes okay okay läuft gut und okay da haben wir das hier oben ist das ziel ich sehe einen grundstern ansonsten nichts von größerer bedeutung doch jetzt sich links nämlich aber dafür bräuchte ist oder auch nicht geht wohl auch ohne egal schnitt durch go spring spring zu früh spring schneller okay got it so irgendwie habe ich es doch nur zum gerucht da gebe es mehrere münzen und okay aber auf das bin ich gerade überhaupt nicht scharf also verschwinde wieder sagt im kopf da kann ich durchrahmen und es passiert nichts ich verstehe schon gut geht es schon nach der war nicht gut so jetzt aber gut getimeter sprung ja ja so geht es das gleich beim nächsten versuch das körper ok wie kommen wir da am gescheitesten vor so aber jetzt an ohne vielleicht zu verrücken wäre das ganz schön okay da kann ich nicht hinunter füllen ganz egal was passiert vielleicht irgendeine power up bitte irgendwas lüge dort drinnen na ahne shit das wäre jetzt gefährlich deckung ich habe es irgendwie zum bräuchte und da sind wir anscheinend fast schon beim ziel der letzte sprung füllen und und wunderschön gleich auf die goldene flagge okay das war schwer schwerer was fehlt denn noch alles ist da oben schaut nach ihren sonderlevel aus tot aus und da haben wir noch alle was ist das für schwarzes zeug naja derzeit uninteressant denn in der nächsten folge stürmer nämlich die kugel willow feste und wenn alles gut läuft dann werden wir die welt 6 auch noch abschließen aber nichts desto trotz danke euch damit auch fürs zusehen und ja wenn ihr noch ganz kurz zeit habs ein drücker auf den like button würde mich sehr sehr freuen und es hilft da wirklich sehr viel also bis demnächst zu super mario 3d world für denk und hier hier hier